so lucky lady wurde sich auch mehrfach gewünscht ich glaube ich hatte da schon ausgemacht aber ich probiere nochmal mein Glück nochmal ein 10er mit 40 Cent mal an da ist der Gewinnplan, das ist eigentlich das gleiche wie Dolphins vom Gewinnplan her immer 10 Euro ausprobieren so 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 Das war's. Das tut mir aber leider gar nichts. Ach Leute, ich glaube ihr kennt das auch zu oft. Schon erlebt diese Situation, man stellt gerade runter und genau dann kommen die Spiele. Naja besser als nichts, so haben wir ein bisschen Unterhaltung noch hier würde ich sagen. Das war's. Komm, Verlängerung. Schade. Ich hoffe, wer macht wenigstens mal eine, normalerweise andere. Die haben hier mal Serien von wer weiß wie vielen Spielen. Ich hoffe, dass mal wenigstens eine Verlängerung hier dran ist. Das sieht aber nicht danach aus bis jetzt. Boah. Komm. Schlecht. Das war eine nicht so tolle Serie. Schade. Oh. Das ist doch mal schön. Weiter geht's. Startrücken. Komm, Verlängerung. Dann schauen mal��. Dann spielen die Blirz Aufstieg. Oh小 super. Ich habe hier großartig, doch mal danehe Schein passe speziell. Das ist ja keine Verlängerung macht hier. Oder ein schönes hohes Bild als Ausgleich. Jetzt ist ja nicht viel passiert hier. Tja schade. So 20 Euro das ich aber von an für weitere Spiele zur Verfügung. Leider so richtig umgehunert haben mich die Serien jetzt hier nicht. So 20 Euro. So 20 Euro. So 20 Euro. So 21 Euro. So 21 Euro. Ey, das gibt's doch nicht. Der will mich verarschen. Aber wenigstens auf nette Art und Weise. So, besser als wenn wir gar nichts kriegen. Auf geht's. So, jetzt machen wir wenigstens eine schöne Serie. Wir kommen jetzt an die Generation. Tja, hm, freut mich immer noch nicht von den Socken. Schade, also ich glaube es hat mehr als genügend Chancen gehabt das Spiel, mal in der Serie was zu machen, deshalb wechsle ich jetzt, definitiv, ich hoffe es hat euch trotzdem wie immer Spaß gemacht zuzuschauen, so, bis demnächst dann wieder und dann hoffen wir mal, dass die anderen Spiele auch ein bisschen längere Serien oder erfolgreichere Serien noch zu Tage bringen. Jo, wie gesagt, denkt auch bitte daran, damit die Serie, die Let's Play Serie weitergeht, ähm, liked es, ähm, sonst stelle ich das auch irgendwann wieder ein, wenn ich merke, dass ihr da eigentlich gar kein Interesse daran habt. Also, bis demnächst wieder, tschau. Das Spiel fände ich ganz cool, das würde ich nochmal ausprobieren, solange es noch geht, aber es wird voller hier. Demnach muss ich gleich wieder, kann ich gleich nicht weiterspielen, zumindest nicht filmen. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Das war's. Das war's. So, dann probiere ich noch was anderes. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.